Die Polizei anfängt zu ermitteln. Wer hat dir das Recht gegeben, mich zu belehren? Du bist mein Erstgeborener. Gerade du solltest Achtung vor mir haben. Das habe ich ja. Ich habe Achtung vor dir. Aber du hörst dich trotzdem. Der Arzt hat gesagt, wir können ihm helfen. Er zeigte mir, was ich tun muss. Uns fehlt jetzt nur noch die Medizin. Du kennst die Regeln, Josef. Das ist im ganzen Sinn. Gegen sie darf niemand verstoßen. Bring niemals die Familie in Gefahr. Niemals. Handle niemals gegen den Willen deines Vaters. Nein, bitte. Lass ihn, Vater. Bitte nicht. Du hast mich dazu gezwungen, Josef. Bitte nicht. Bitte, Vater. Verzeih mir, mein Sohn. Verweigere mir nie wieder den Gehorsam. Verweigere mir nicht. Untertitelung des ZDF, 2020